1, 2, Freddy kommt vorbei, 3, 4, verriege deine Tür, 5, 6, jetzt holt er die Hacks, 7, 8, schlaf nicht ein bei Nacht, 9, 10, wir wollen nicht schlafen gehen. Hallo vielen Fans, vielen Freunde, freut mich, dass ihr wieder Eich schaltet habt, wie ihr aus dem Titel entnehmen könnt, dass ihr mal wieder Mystery Paket seid, mein guter Freund Martin aka DIN 1978 hat mir mal wieder Paket zu kommen gelassen, an der Stelle viele liebe Grüße Martin und vielen, vielen Dank, da hat er übrigens heute Geburtstag, an der Stelle auch noch mal viele Grüße und alles, alles Gute von mir und es wollte mit Eich gemeinsam mal angucken, das Paket steht schon hinten mal, ich hab's auch schon aufgeschnitten und nicht reingeguckt, ich lage jetzt einfach mal rein, hol dann mal der erste Film raus, und zwar hätte man hier als erstes, der Woman, der Film habe ich schon ein paar Mal im Laden in der Hand gehabt, ich habe auch schon einiges von Euch gehört, was ihr zu dem Film gesagt habt, ich gehe die Meinung auch ziemlich weit aus dem Moment, die andere sagen, der Film wäre gut, die andere sagen, der Film wäre beschissen, bildet mir doch gerne eine eigene Meinung, gucke auf jeden Fall an mir rein, schon mal danke hierfür, wichtig ist ja immer hier, ankert, dann hätten wir hier als nächstes, der Cliffhanger mit dem Stallone, jetzt spiegelt es ein bisschen, Cliffhanger mit dem Stallone, ja, den Film habe ich schon auf DVD, ist jetzt ein Update quasi, nochmal so, Update quasi auf Blu-ray, viele sagen ja, das wäre der beste Stallone-Film, oder auch noch von der besten, mir gefällt der auch gut, es gibt andere Filme, die mir vom Stallone besser gefallen, aber ich hätte auf jeden Fall, finde ich, ab zu der besseren Sache mal. Dann hätten wir hier als nächstes, äh, Charlie's Farm, den Film habe ich leider schon, Blu-ray sogar, ja, oh, was soll ich zum Film sagen, ich finde ihn nicht schlecht, gehe ja die Meinung auseinander, die andere sagen, voll, geht halt jetzt. Man merkt, ich mache es halt zum ersten Mal auf einem Computer mit der Webcam, bin ja nicht so ganz sicher, wo ich was da hinschicken muss, aber das kommt. Auf jeden Fall, wo ich der Geblüge bin, was soll ich zum Film sagen, ich finde es nicht schlecht, viele sagen, ah gut oder schlecht, einfach selber machen, in meinen Bildern, ich finde, nicht das Läscher-Film, aber zwischendurch. Dann hätten wir hier, Hell or High Water, den Film habe ich auch schon, absolut genial, richtig schönes Body-Movie, Road-Movie-Filmle, wer den noch nicht kennt, von mir auf jeden Fall, äh, klar eine Empfehlung, kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Alter, ich heb die Filme in die Kamera wenigstens, ich weiß nicht, links, rechts, oben, unten, naja, so, da können wir es mal sehen. Dann hätten wir hier als nächstes, der Upgrade, den habe ich schon auf DVD, jetzt habe ich schon auf Blu-ray, im wahrsten Sinne des Wortes ist das ein Upgrade. Der Film, äh, ist richtig gut, war sehr positiv überrascht, das war auch so ein Film, wo ich auf Empfehlungen von euch gehört habe, und ich denke, ja komm, nimmst du dann halt einfach einmal mit, und bin nicht enttäuscht worden, wollte ich eh demnisch mal auf Blu-ray upgraden, damit hat sich das jetzt auch erlebt, so, weiter hier, dann hätten wir hier, auf Blu-ray, den Shin Godzilla, hat er da anscheinend doch nicht so gut gefallen, haha, also ich finde den gut, bin ja auch gerade dabei, die, äh, Godzilla-Filme zu sammeln, dann hätte ich jetzt auf DVD schon quasi auch ein Upgrade, so, dann hätten wir hier, was ist das, Forbidden Kingdom, mit dem Jackie Chan und dem Jet Li, auch richtig guter Film, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen, gut, der Eutypie, wo du mitspielst, sieht man den jetzt gerade hier nicht drauf, ja, du ganz, ganz klein, aber ihr wisst ja, wen ich meine, um den, wo es ja eigentlich geht, der nervt ein bisschen, weil da geht man schon ein bisschen auf den Sack, aber, ja, Film ist auf jeden Fall gut, kann man sich gut angucken, dann hätten wir hier in der Platinum Cult Edition, oh, der Blood Fight hier auf, äh, Blu-ray, ist ja auch ein Upgrade, weil den habe ich auch die ganze Zeit nur auf, äh, DVD-Cut, Film finde gut, richtig gut sogar, und, man kennt ja Bolo Young eigentlich immer nur, oder Bolo Young, oder wie manche Leute sagen, ich sage Bolo Young, fände ich aus Armen, kennen den ja artlos, ähm, als böse Gegenspieler von Van Dammen Bloodsport, aber ich finde, das ist jetzt auch noch nur ein Film, wo er mal die Hauptrolle hat, da ein gutes Spiel, wo man auf jeden Fall gut angucken kann. Dann hätten wir hier auch das erste, äh, sorry, Mikrofon, dann hätten wir hier als nächstes den Bloodray, ist ja hier jetzt die Uncut-Fassung, ist jetzt auch noch mal rausgekommen, rausgekommen auf, äh, Blu-ray, den habe ich leider auch schon, aber der Film ist sicher da, jemand, der da Freude machen kann. Mir hat er gut gefallen, viele Schimpfe, immer wie ich im Uwe wollen, sagen, der bringt nur Dreck auf die Leinwand, aber das finde ich jetzt persönlich nicht. Das ist so auch noch wie ein Film, wo ich eigentlich schon gut finde, oder fand, obwohl ich ja gar nicht so arg auf die, äh, Vampir-Thematik stehe, oder nicht mehr stehe. Früher habe ich Vampir-Filme gesucht, und Mia Dark, und, äh, Lost Boys, und von Dustyldorn, und was weiß ich noch alles, aber mittlerweile, nehm ich ganz auf meinen Fall. So, hier hätten wir als nächstes, Stark, von Stephen King. Ich lache deswegen, weil ich irgendwie sein Video gesehen habe, und er den Film quasi so schlecht gemacht hat, habe ich nicht gedacht, hoffentlich schickt er mir den nicht mal irgendwann am Mystery-Paket, weil ich finde ihn auch nicht so weltbewegend, und Bauf, da ist er. Naja, ich gucke ihn noch einmal rein, muss auch dazu sagen, es ist schon eine Weile her, dass ich den letzten Mal gesehen habe. Vielleicht gefällt er mir jetzt ja besser. Als nächstes hätten wir hier Shootout, keine Gnade, Mimms, Delon. Film richtig geil, habe ich auch auf DVD, jetzt auch quasi Upgrade, äh, auf Blu-ray. Ich fand den richtig gut. Das ist zum Beispiel jetzt auch noch, in dem er, äh, bessere Stallone-Filme für mich, auch ziemlich unabgewertet, der wird fast nie erwähnt, wenn es um gutes Stallone-Filme geht. Ich fand den richtig geil. Dann hätten wir hier als nächstes, äh, Ja, Next, den habe ich schon, auch genau in der Erfassung, aber macht nix, macht nix, da finde ich auch auf jeden Fall jemanden, wo ich da Freude mitmachen kann, weil der Film ist echt gut, auch so ein kleines Läscher, obwohl der eigentlich mehr so in die Richtung Home Invasion geht, aber kann man auf jeden Fall richtig gut angucken, nettes Film, wie vor zwischendurch. War jetzt kein Meilestein in der Geschichte, aber auch kann nur da reinfallen. Dann hätten wir hier, Samurai Legends Box, okay, das Ding seht man jetzt gar nix, da sind die Filme drin, der Twilight Samurai, der Last Sword und der Hidden Blade, also damit kann ich jetzt gerade gar nix anfangen, eigentlich ist das auch nicht wirklich so, meine Thematik, die Filme selber sagen wir auch nix, aber da findet vielleicht auch jemand, wo ich da auch damit Freude machen kann. So, dann geht's weiter, was haben wir hier, The Seasoning House, absolut geiler Film, den habe ich mal in einem kleinen, äh, nicht kleinen, Quatsch, in einem DVD-Stilbuch gehabt, den habe ich dann aber wieder hergegeben, so, da überdrehen, oh Mann, den habe ich hergegeben, weil die Disks so verkratzt war, dass der Film nicht mehr richtig gelaufen ist, den habe ich die ganze Zeit, den hole mir mal wieder, dann irgendwie aus dem Kopf verlangen, oder was weiß ich, und jetzt habe ich ihn wieder, freut mich auch sehr, dann hätten wir hier auf Blu-ray, den Inside, der steht übrigens auf meinem Zettel, für die nächste Presse, dass ich mir den upgraden will, vom DVD auf Blu-ray, hier auch schön die Anker, Ankerfassung, ehrlich, Katastroph, ja, den Film-Zettel braucht man nix sagen, für mich auch noch von den härtesten Filmen, den es gibt überhaupt, aber trotzdem, der Film lebt nicht bloß von seiner unmächtigen Brutalität, sondern der hat auch richtig, ähm, geile Atmosphäre, geile Stimmung, und das also, richtig gutes Filmchen, das sind aber immer noch fertig, dann haben wir hier, 30 Days of Night, wo wir wieder bei dem Thema, ähm, Vampirfilme sind, das ist zum Beispiel auch noch, wenn wir filmen, wo unmächtig einkochender Himmel gelobt wird, und ich persönlich sage, mir gefällt der gar nicht so, aber ich meine, er ist nicht schlecht, ich will nicht sagen, er ist voll der Rotz, aber, ja, nicht ganz so, und dann hätten wir hier zum Schluss noch, Haus at the end of the street, ja, habe ich auch schon viel gehört, habe ich auch schon in der Hand gehabt, da gibt es ja relativ günstig, glaube ich für 5 Euro, oder so, kriegt man den momentan, aber eben dann immer wieder zurückgelegt, und jetzt sehen wir ihn jetzt gut, gehen wir ihn mal an, und dann werde ich entscheiden, ob er in der Sammlung bleibt oder nicht, jetzt gucken wir ihn noch einmal, so, das war's, machen wir den Karten gleich zu, dann sage ich an der Stelle nochmal, vielen, vielen Dank Martin, es sind echt einige Sachen dabei, wo man mega Freude gemacht hat, eigentlich hast ja du Geburtstag, und nicht ich, aber ich weiß, du bist doch ein Riegelroß, wenn dir irgendwas nicht fehlt, dann sortierst du es aus, und denk schon immer schön an mich, das freut mich ganz arg, euch andere sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe euch hat es mit einer neuen Perspektive, so ein bisschen gefallen, weil es ist noch ein bisschen Übung, eher gefragt, weil wo hebst du den Film nach, wann guckst du oberne Kamera, das man meint, der guckt auch im Arm, guckt nicht mehr hinaus, schon ist alles ein bisschen Neuland, aber ich denke, so von Ton und der Qualität ist, wären die Videos jetzt dann besser, und ja, nicht so viel schwafeln, dann sage ich euch mal, danke fürs Zuschauen, Kommentare gerne wieder unten, äh, in die, in die Kommentarkinder mal gerne unten reinschreiben, also jetzt, jetzt geht es gerade total, mit der Stichhitzel, brennt man schon den Schädel, und es fängt das Gehirn noch zu schmelzen, nochmal, dann sage ich euch, danke fürs Zuschauen, und sehen wir uns bei uns bei meinen nächsten Videos, euer Stone Cold.